Das hört sich nach Vorwurf an. Ich glaube, ich reiche das wieder ab. Ich war zum Glück noch Go Be Right Backed und man hat nicht gehört, was du gesagt hast, Marco. Das Schöne ist, weil ich das jetzt nicht aufkläre, werden alle Leute alles Mögliche denken. Okay, ich bin da. Ja, gehen wir an den Wasserhahn oder an den Kranken, keine Ahnung. Das kann ich jetzt auffüllen? Nee, funktioniert nicht. Füllt sich nicht. Anwenderfehler? Gut, dann rennen wir mal das ganze Rohr ab. Oh, scheiße. Soll ich mir eben rickst? Das ist ja blau, ja. Das ist blau. Irgendwann muss es nicht mehr blau sein. Komm, auch gucken. Ja, guckst du von der anderen Seite? Ja, von... Wenn das nicht mehr blau ist, dann ist da eine Stelle, die... Kurze Frage. Nicht, dass ich an dem falschen Ding war. Du hast nichts extra gebaut. Du meinst schon das mit den Tanks in der Mitte, ne? Ja, da geht auch ein Rohr ab. Das ist das Einzige. Ja, okay. Ja, dann geh ich noch mal gucken. Hier ist es braun. Da schon. Es ist... Ja, ja. Irgendwo am Anfang ist es hier passiert. Lauf den mal nach. Hier, ich hab's gefunden. Es ist hier nicht verbunden. Verbindung erneuern. Drück mal drauf. Es steckt da, weißt du, Verbindung erneuern? Kann ich nicht anklicken. Ah. Okay, und was war das jetzt? Da war eine Verbindung nicht fertig. Ne, da ist noch was. Kaputt. Warte. Verbindung erneuern. Jetzt. Geh ihm gucken. Hm? Schau. Ja. Hat funktioniert. Oh mein Gott. Sehr schön. Wow. Oh mein Gott. Ich bin es, dann nehm ich das Spiel. Was? Das Spiel. Easy going. Das heißt, ich armes Kind. Geh ihm mal das ganze Ding ansehen. Ja. Ich reite das mal ab. Mein 1 kenn ich jetzt ja. Ich greife jetzt mit meinen Viechern in der Argentavis an. Ich hab die jetzt die ganze dabeigehabt, die haben keinen Spaß gehabt. Die Viecher? Ja. Oh mein Gott, was ist das denn hier für ne Treppe? Oh shit. Das heißt, wenn was kaputt geht, muss man immer das ganze Ding hier abbreiten und dann checken? Ja. Ja. Umständig. Mach ich gerne als Mieter. Geil. Geil, perfekt. Ich glaub, du hast dir jetzt sogar dein eigenes Nachttischlämpchen verdient. Oh, süß. Süß, ne? Ja. Ach, der getan in Arbeit. So schnell kriegt man schon eine Lachttischlampe. Ja, wenn du einfach eine 200 Kilometer lange Wasserleitung baust, dann auf jeden Fall. Hä? Was ist das da? Hat das die Abzweigung für Tim? Ja, das sag ich mal. Weil da hinten so eine alte Basis ist. Ich hab ein 87er gefunden. Ach so, ne, sei neu warst du da hinten. Ein Stück weg, aber... Die Frage, wo es jetzt schneller geht? Unten lang oder oben lang? Bitte? Richtig nice. Ich bin in der Nähe von dem lila Wald. Nord Stream 3. Oh Gott. Bitte? Oh je. Das stimmt. Ja? Oh mein Gott, das ist ja mal richtig lässig. Siehst du den Bronto da kämpfen? Äh, den T-Rex, den grünen? Oh mein Gott, wie lang soll es sein? Weiter weg. Ja. Oh. Oh. Was ist das hier? Der rechselt 33 und grün. Genau. Das heißt, ich darf auf keinen Fall die Biber angreifen jetzt, oder? Bitte nicht. Bist du das da? Wie kenne ich denn Justin? Okay. Das ist ein 54er Känguru. Aber es ist wirklich gefährlich, also hier nicht anzugreifen, weil ich bin ja regelmäßig dabei die Biber immer leer zu fallen. Nein, die kleinen Stücke kann man schnell reparieren. Die haben viel Gewicht. Okay. Crazy. Wettgewicht? Äh, die Kängurus. Wie viel? Ganz viel Gewicht. Gut, ab nach Hause. Ab nach Hause. A Level reingegeben und hat er schon 902. Oh, da ist ein Alpha Kano. 15. Nice. Huh, geil. Bei dem Rex oben. Guck mal, äh, ist jemand in der Basis? Bei Wiebke? Renne ich gleich hin. Ich hatte in die Kacktrude, ähm, einen riesen Haufen vom Rex reingetan. Bringt das mehr Öl? Ähm, weiß ich nicht. Da ist kein Öl drin. Da ist jetzt aktuell irgendwie nur, ähm, Dünger rausgekommen. Kann sein, dass man in den Leerräumen kann, dass der nur begrenzt Platz hat an Slots, oder? Ne, das wird eigentlich auch... Ja, wir sind wirklich richtig weit weg. Ja, wir sind wirklich richtig weit weg. Das stimmt. Der hat auch einen Partner. Oh. Ey, ich hab zwei Knochen-Rex, äh, Helme. Brauchen wir die? Ansonsten werfe ich die weg. Ich hab da auch schon so viele von gehabt. Kannst du dir auf die Knie binden, oder sowas. Auf die Knie binden? Ja, oder auf die Schuhe, dann hast du so, wie in echt. Achso, ah, ja, ja, wir möchten leben. Ja, so zwei Schuhe mit... ...Kalz. Wurde geblockt. Dü-dü-dü-dü! Das heißt, jetzt ist dann das nächste große Projekt Cristallo. Was, Kristallo? Gewicht. Der Dünger vergeht aber nicht. Okay, ja, wir haben nicht so viel Gewicht auf den Käfern. Ja, Kristallo für ein Gewächshaus. Kristall ist weit weg. Da müssen auch die Zeiten, wo man einfach diesen Berg hochgehen musste. Diesen einen Berg hoch. Ja, ja. Hm. Dieser Berg? Habt ihr eigentlich ein bisschen Bock zu killen? Killen? Ja, bisschen töten gehen. Die ganze Zeit killen, meinem Rex, ja. Willst du oder machst du? Ja, ja, ja. Meinst du willst? Es kam halt, es kam beim Bauern, kam wirklich nix zum Angreifen. Aber es ist ungewöhnlich. Ich hätte halt so ein paar Mammuts gemolkst. Im Agentar wäre es rausgesucht und der muss dran glauben. Random. Ja, dann mach dich mal kampfbereit. Dann gehen wir noch ein paar Mammuts töten oder so. So. Ah, du bist schon tötungsbereit? Okay, warte, ich muss den auch rexortieren. Bin ich schon. Ich trink noch mal aus dem frischen Wasserhahn. Hm. Ich hab dir auch eine, ähm, Dingsbums fertig gemacht, ne? Dass du Bescheid weißt. Eine Trinkeflasche. Glaube ich. Nice, danke. Ich wollte grad mein Glas holen, tatsächlich. Hm. Hast du ihn betäubt, Pete? Oh, warte, muss ich noch mal anmachen. Der ist zu weit weg, glaube ich. Bist du den hier unterlocken? Mach ja mal durch. Warte. Muss eh noch mal zurück. Wo hast du die denn? Was nehmt ihr für Viecher dann mit? Bitte? Ich guck, äh, die haben drüben an dem Metallwerk noch mal da rein. Ähm, die muss ich da noch mal machen. Irgendwie hatte ich die ja drin, aber die ist jetzt weg. Aber halt Sekunde. Das sind viele Viecher. Kann auch sein. Kann auch sein. Haben wir Kippel für den? So. Mach ich eben. Hier. Ist da drin. Ist doch egal. Kann ich noch irgendwas bauen? Wir können doch alles drüber nehmen. Wir brauchen nur blaues. Mag mindestens. Elf Stück. Sicher, dass man alles für den nehmen kann? Ja. Wo hast du die eben vorher? Alles, was drüber ist. Ich kann eben mit dem, mit dem Mewing konnte ich auch grünes geben, obwohl der nur weißes will. Huh. Und die Kaka Trude ist raus. Ist rausgelaufen. Ja. Tor war komplett normal. Oh. Na dann. Ich könnte, ich könnte noch ein paar Focal Chilis machen. Okay. Wir brauchen sechs Stück. Ich lass mal kurz den Ausverkauf hier, weil das ist aktuell mein Liebling. Wir machen, ja. Ich bring mal kurz, wo der geht. Kann ich mal aufheben? Jaja, mit E. Ich warte die ganze Zeit, bis er mir hinterherläuft. Achso. Ne, die kannst du so aufheben. Hier draußen ist der T-Rex direkt vor der Base. Ja, den mucksen wir gleich. Ich würde tatsächlich eben, äh, die Blech Bernadette mitnehmen und den Spion. Äh, meinen Känguron hätten. Wobei. Oh shit, das ist immer ein Weibchen. Hm. Wir haben genug Leder, oder? Ich würde mal gerne noch einen Eco-Sattel machen. Und meine hat noch gar keinen. Ja, haben wir. Haben wir auf jeden Fall. Die dann auch. Oh, ich hab grad so'n. Wenn wir trockens fallen, krieg ich den nicht klein. So'n kleines Dilemma. Ich möchte eigentlich. Oh, man hat noch richtig viele von. Hat der mal vorhin ne Sense? Ne Sense. Ah, du meinst noch ne kleine? Jaja, für, für Fasern. Äh, sichel. Äh, ne. Sichel, ne. Level 15. Bist du. Na kurz vor der Basis. Dann würde ich grad eine bauen. Ah, hier sind auch noch gelbe drin. Einfach wieder rein tun gleich. Hier greift dann. Noch gelbe. Äh, noch Lederne brauche ich. Das ist gut. Überleicht grad, ob ich den Kompositbogen mal bei. Ah, 95 Polymer. Ne. Doch nicht. Und dann brauchen wir. Hm. Liederbeeren. Seltene Blumen. Ich hab so ne Entscheidungsfrage, die ich jetzt mache. Äh. Oder ne. Ich mach das einfach. Ausverkauf ist jetzt mal neuer Züchtungsbulle. Mit auch ne andere Farbe und so. Ist der jetzt besser? 2326. 1800. 341. Was hab ich grade vorgelesen? Keine Ahnung. Hm. Okay. Okay. Merchit. Okay, also mein Ausverkauf ist jetzt mal neuer Züchtungsbulle. Oh. Ich hab Bärchen, Pete. Ich bin da. Wo wo. Okay. Also wir gehen auf Kill-Aktion, ne? Äh? Geil. Ach, vor vor der Basis. Sind dir das Pferd mit oder noch in ihren Porn und sowas? Äh, tatsächlich den Iguanodon. Bitte? Ich seh deine Bubble. Also das Rex ist keine Option. Nee, das ist nicht meine Bubble. Äh, doch, für dich schon. Du nimmst den Rex. Ich bin der Einzige, der den Schleppi mitnimmt. Das müssen die anderen nicht machen. Was wollen wir nehmen? Wahrscheinlich. Ich nimm ihn aber auch mit, weil sonst hab ich nix zum Reiten. Was? Loll, ich seh grade. Der ist noch voller Kristall und Zeug. Die Kraftkoloss hier. Hast du den auch einfach aufgeräumt? Anscheinend. Peter, was war mit mir? Kannst du? Warte, ich räum noch eben leer. Wird so gemacht. Oh. Ja, bin gleich soweit. Also hätt ich dich noch mal los. Du musst. Nee, ich hab mich weggeportet. Also. Äh, ihr habt alle ein Getränkeglas mitgenommen. Ja, muss ich noch füllen. Danke. Hm, okay. Wie nennt sich das Betäubungsgedöns hier? Ja. Narkosemittel? Narkosemittel, oder? Narkosemittel, ja. Genau, ja. Was nen Mörser. Hm. Oh. Oh, ich glaub der, der T-Rex ist eventuell in der Base. Wie in der Base? Ja, ich weiß nicht, der glaubt hier die ganze Zeit an, ob er die Mauer klein kriegt. Oh ja, kriegt er irgendwann. Dann haben wir ein Problem, weil ich bin grad am Mörser machen und... Okay. Der ist drin. Oh shit. Der ist drin. Ja gut, sollen wir grad porten? Ja, ja, sofort, ja. Nimm ruhig den T-Rex mit, ne Marco? Hm, lass ihn jetzt. Oh je. Eine Zichtstote. 78er wäre ich hier direkt vorn. Hm. Alles rein. Oh. Ja, gar nicht. Hm. Ja, gar nicht. Ich hab mich einge... Oh, 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 der Spreiter auch in der Minute. Aber ist gut, der kann halt in der Zeit dann auch nichts mehr töten. Okay. Was ist da? Ob er... Weil das bei ihm so laggt... Ich wollt positiv sein, Mann. Hat nicht funktioniert, ich merk schon. Oh fuck. ist schon tot dafür sind auch unsere tiere kaputt zwei aber nur wenn ich das richtig gehört haben ja man wollte wollte und irgendwelche pferde ok stutt und wollte wirklich einige wenn wir müssen kaputt hierfür grafik das ist das sollte heute wieder so richtig zerlegt guck mal das große mauer ja man kann aber auch mehrere einzelne über das geht auch mal es geht mir nur um das viele materialien nicht verbraucht glaube ich beides gleich so wurde fährt muss auch wieder einsortiert werden dann habe ich hat mit dem schwanz was genau gemacht die dinos abgewährt ja ok solltest du genau sagen kannst du das mal erläutern ich wollte gar nichts sagen ich kann auf der selle keine tüme machen so rüstung anziehen entschuldigung dass ich so lange brauche mal wieder so jaja da warum ist der denn auch voller holz gibt es ja nicht ich bin mein holz ich nehme jetzt den blauen ich hoffe der stirbt nicht der soll nicht leveln soll ich nach asgard kommen oder ja ich hab ein paar wammuz geklatscht so zum killen ich brauche x teil so falls ich mal irgendwas auf dem weg sehe deswegen der iguanodon bei raptor mit da kommt ein ganz goldener raptor raus richtig abgefahren habt ihr gehört eines der babys ist ein ganz goldener raptor ist aber keine mutation also das scheint einfach nur farbendreher zu sein an zucht obis ist todner der was ist tod an zucht obis fährt ja die züchtstute ja die war für alle hui hips oh was genau jetzt habe ich nicht gelesen level aber recht gut und schnell am anfang ist ein viel und leicht mit kotfüllen ach du meinst die kleinen käferchen oder was entschuldige ich habe sie mitbekommen ja perfekt okay dann ist mit marmut ja um teleport nehme ich mit wenn er hat kommt mit wenn wir treppen bernadette und hallois kommt was ne wendel braucht so viel schrott ne wendeltreppe aus stein oder aus holz weil ich hätte noch eine übrig eine wendeltreppe ja aus stein okay ich habe nur ein aus holz übrig okay ich bin bereit am teleport punkt von der base ist direkt ein vermut perfekt mach ruhig essen habe ich trinken habe ich ein lieb habe ich sorry ich habe zuerst die treppe aus dem metall wollen bauen deswegen ich komme wohnen und jetzt aber schnell noch alles das schafft man einfach nicht wohin und sei ich habe zweifel rausbekommen ich weiß nicht wieviel die roptoren haben wo soll ich hin wo seid ihr ja am teleport punkt am teleport punkt am teleport punkt ich dachte ich meinte die ruine da wo wir mal teleporten so sorry habe ich falsch verstanden no haben die auktoren fällen komme guten morgen oder wollen wir die direkt abziehen sobald das ding fast tot ist hi kann man machen ja also wir kriegen auf jeden fall mehr fälle raus mit einer weiß ich nicht genau ich glaube in der axt aber ich bin nicht ganz sicher ok ich bin bereit für den tötungsdruck wo gehts hin ich bin jetzt die mal an meinem raptor finger ja an dem raptor finger ich weiß nicht was du meinst soll ich ziehen oh hier ist aber tatsächlich ein teckei ich weiß nicht was du meinst mit raptor finger achso wegen dem kacka achso hab ich nicht gerallt was wollt ihr denn jetzt von mir das heißt wenn wir auf dem weg ein kackapopo finden können wir den jetzt direkt zähmen nice ja dann lass uns doch mal weiter brettern ok also großes ziel sind mammus murksen guck mal da hinten sind welche ja äh ich hab auf dem boden nur so einen schatten von einem peteradon gesehen sah aber aus wie ein drache oh gott ey wir müssen ein bisschen aufpassen dass die mammuts nicht hier angreifen ne also nicht die wasserleitung kaputt machen aber ihr seid schon am kill ja der ist irgendwie aggro der ist irgendwie aggro als ich ihn angegriffen habe komisch ne nach dem angriff nicht mehr weil dann ist er tot Ah, okay. Das Schreien bringt bei den Mammuts nix, ne? Ähm, ich glaub nicht. Warte, 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 bleib mal stehen, Marco. Ich warte, ob das grad das Mammut ankommt. Das hab ich einmal angeschossen. Wollte das nur ein bisschen von den Rohren wegziehen. Ich glaube, jetzt geht, oder? Ja. So, und ist das eigentlich ein Angriffs-Debuff, dieses Rote? Ja. Ist vom, vom... Okay. Ja, eingeschüchtert. Okay. Soll ich den nächsten Mal holen, oder rennen wir einfach rüber? Äh, klar, komm rüber. Da geht das noch. Was ist denn das Ziel? Wollt ihr Fell haben? Weil dann muss man die wirklich abziehen. Ach, und Fahrlos Murksen plus ein bisschen Fell als Bonus plus, äh, wo sind Kristalle zur Hölle? Ach, muss... Gute Mischung aus allem. Push. Perfekt. Träumchen. Wie viel, wie viele Blöcke geht's in der Treppe hoch? Äh, ich glaub zwei Mauern. Äh, dann brauch ich Jürg. Ne, vier Mauern. Oh, hier ist noch Mammut. Hier Mauern, wo bist du? Brauch mich. Äh, was? Wo bist du? Äh, außerhalb. Wir sollst töten. Okay. Brauchst du Hilfe? Nee, ich... Wollen wir zum Enki? Hast du einen gespät? Ne, den von vorhin. Ja. Zum Kristallwasserfall und dann auf die andere Seite. Gehen wir mit Rexen. Mit dem Stego? Bitte? Gehen wir mit Rexen. Du kannst dein, äh... Achso, du bist auch noch auf dem Rex. Okay, dann komm auch. Neben gehen. Upp. So eine Soße. Ja. Bin auf Gleit. Andere Richtung. So eine Soße. Die Soße müssen wir leveln. Wir stehen uns tot. Hm, würd ich sagen, oder? Hätte ich aber nur vermutet. Ich glaub hier, wenn wir auf die Dinger hochgehen, könnte sein, wenn noch was ist. Upp. Hoch. Ich glaub, wenn ich mit dem... Ich glaub, da ist ein Gali angegriffen. Ja, wenn ich mit dem Rex auf die Leute stampfe, dann tut denen das weh. Achso, als wenn du drauf trittst. Ja. Das könnte sein. Noch einer. Aber richtig viele, ne? Meinst du jetzt den Scheißer-Haufen? Ja, mein ich auch. Okay. Meinte ich auch, Schatz, oh. Den Kackapupu-Haufen. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns einfach. Blind. Blind. Kenn doch Kevins Kackapupu-Unterton. Immer der Nase nach. Oh je. Ganz genau. Kackapupu-Unterton, okay. Der Kacka... Oh, mich hat irgendwas eingekriffen. Hier ist ein paar Hygiene und ein paar... Kleine Viecher. Ah ja. Ich hab' ein Schaf. Was hab' ich hier? Und der Alpha. Da hinten. Wie den Toten? Kannst du mal gucken, wie das läuft, wenn du so ne Pronto anknabbers, Marco, mit dem Rex? Ja. Wir machen erst den Alpha. Hier hinten? So als Testein. Ja, sollen wir vielleicht mal aber checken, ob alle noch gut leben? Meine leben noch? Ja, meine auch. Okay. Passt. So als Testein, aber zwei Brontos, so nicht das... Und dann campen. Ähm. Ich guck mal kurz die Level. Das mach' mich kacken. Level 90. Okay, Level 90 kann schon ein bisschen wehtun. Ja. Dann den hinteren, weil der vordere wird 90 sein, oder? Ja. Dann lass uns den hinteren mal probieren. Die sind doch schön weit auseinander. Das könnte reichen von der... Von der... Ihr wisst schon. Bereit, wenn du es bist, Marco? Oh, hier ist ein Schaf. Ich denke, ob ich den einfach draufhetzen soll, weil ich hab' meinen Hitman noch ein. Gab's das? Gute Speed. Okay. Der Hitman kriegt Schaden auf deiner Schulter. Das wird schon. Okay. Aber nicht mal die Spitzhacke ist gut. Ja, ist tot. Da komm, auch den anderen machen. Ja, dann. Find ich alles. Okay. Und der Enki hier vorne ist das. Genau. Oh, der versucht grad noch zu mir zu... Ne, doch nicht. Da war die Dinos jetzt drauf geschickt. Also meine Dinos, mein ich. Mhm. Oh, der hält aber wesentlich mehr aus, ne? Ja, aber der blutet auch schon hart. Schon dort. Ja, ich check mal kurz die Dinos. Ich hab' nen Steinfall gefressen. Oh ja, ich hab' dich wahrscheinlich getroffen. Nur ein bisschen Schaden haben die bekommen. Mhm. Okay, ich würd' mal sagen, wenn wir auf unserem Weg mal nen Alpha sehen, here we go. Jetzt ist hier mal Schicht im Schacht. Guck mal, dass der auf, äh... Können wir mal hier lang gehen? Er hat's echt versucht, so'n Drachen mal zu nehmen. Alter, ich hab' das... Äh, T-Rex hier. Marco, hast du mal Bock, deine Artgenossen hier zu fressen? Ach, soll ich schon mal ohne den hier anfangen? Und das ist noch ein Mammut. Okay. Sollten zwei Mammuts... Wo ist'n T-Rex? Hier geradeaus. Ganz weit weg soll ich etwas Neues fliegen. Irgendwas Gelbes, was beleuchtet hat. Aber es kann auch sein, dass es nur so'n Anzeigefehler war. Sieht da so aus wie ein Drop. Aber hier ist doch kein Drop, oder? Egal. Fokus auf T-Rex. Ja, warte, ich muss gleich. Das Sprinten verbraucht extrem viel Ausdauer beim T-Rex. Oh. Das Angreifen nicht so, aber... Noch alle... Hab' nur zwei da, deswegen ist die Übersicht sehr... Ich bringe noch einen mit. ...ehr einfach. Breit. Welchen? Wie fähig ist das Level? Dutsch. Auf vier nachts, ich war das. Okay, aber ich hab' nicht so viel Kippe bei, ne? Egal, das Kino fertig. Dutsch. Also, ich kann zurückgehen und mehr machen. So ist es nicht. Das würde aber im Moment dauern. Ich weiß halt jetzt nicht. Ich glaub' erstmal stirbt der Bron-Tor. Also dem einen haben wir jetzt schon reingetan. Ich hab' noch schnell meine Raptoren draufgeschickt. Das sie den Bron-Tor halt leerräumen. Welches Level hat der 84? Jo. Der ist grün mit, äh... Okay. Okay. Dann mal hier lang. Hier sollte langsam das Kristall kommen. Hältet ihr mal die Augen offen. Bitte? Sollte hier kommen? Kristall. Nice. Ja. Aber du, ich weiß irgendwie nicht, wo lang... Ja, hier müssen wir hoch. Da war ich vorhin. In die Levelaktion. Ich bin grad überall das Gallimus gestopft und das ist tot. Was? Aua. Mann, ey. Arme Ding, ey. War nicht gar nicht. Hauptsache der Stego lässt sich nicht durch und muss dafür sterben. Hallo? Nee, wir müssen hier wahrscheinlich runterhaupsen. So, Alpharaptor unten. Huch. Schlecht. Finally. Leider runterspringen. 57er. Habe ich mal kurz. Okay. Ich bin unten. Durch einen dummen Zufall. Äh, was heißt unten? Naja, geh mal da hoch und dann geht's irgendwann nicht mehr weiter. Dann geht's nach unten. Was macht da eigentlich dein Platacus? Äh. Der hockt da. Gut. Aber das geht ja, da kann man ja runter. Ja. So ein paar... Äh... Terrorwärts. Terrorwärts. Jau, seh ich. Ja, ich meine... Noam 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 noam. Ach der noch angerissen. Greff mal mit an. Schöner Terror-Bird. Und nochmal ein Level-Up. Richtig angenehm. Aber irgendwie fehlt von mir ein Dino, kann das sein? Einmal durchzählen. Ach guck mal, die Blechbärne, Adept, folgte mir nicht mehr. Oh, jetzt folgen mir, warum auch immer wieder deine... Oh, wie gut. Ja, aber ich kann nix dafür, Mann. Ich hab, das sind, die sind nicht in meiner Raptor-Gruppe. Ich schwör's, aber trotzdem pfiffel ich die. Kann ich aber nix für, Mann. Wahrscheinlich, wenn ich die hier drauf schicke, kommt deine auch wieder mit. Tatsächlich, ja. Aber ich, die sind nicht in meiner Gruppe. Aber die Gruppe ist aktiv. Ja, die Gruppe ist aktiv. Das sind nur meine, deine, deine bleiben ja zum Beispiel bei dir, Kevin. Ja. Ja, stimmt. Das Ding ist eine, sind nicht in der Gruppe. Ja. Keine Ahnung, wie das ist. Sind das vielleicht die Kinder? Nee. Sie laufen dann irgendwie automatisch mit denen. Keine Ahnung, es kann halt sein, dass sie vielleicht früher mir gehörten. Aber das kann nicht sein, die hast du doch ausge... Dingsbumst, oder? Wir haben ein Kristall. Echt, ich komme? Ja. 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 Einen Kristall. Zwei. Perfekt. Hat die mal ne krasse Spitzhacke? Wenn wir einen Alpha killen, kriegen wir bestimmt einen. Bei den Kristallen. Bei den ganz vielen Dinos. Kannst du nicht verfehlen. Sagt sie. Watter. Guck mal, da ist noch ein rotes Schaf. Ach, du sitzt auf meinem. Deswegen kann ich auf meinen nicht aufsteigen. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich nicht auf meinen Iguanodon komme, Schatzo. Das ist kein rotes Schaf. Schatzo. Ja, und ich komme da nicht drauf. Nein, nein, nein. Ich drücke die ganze Zeit wie so ein Idiot. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Darf ich das hier essen? Das ist rosa, oder? Das ist orange, oder? Darfst du essen. Do it. Achso, nee, warte, ich stelle mich mal drauf. Okay. Olang? Nein. Oh, dann ist ein rotes Schaf. Oh. Andrew. Den müssen wir noch für den krassen Sattel töten, ne? Ja. Hier ist wieder ein knallrotes Schaf. Okay, ich lasse es jetzt mal. Das bitte nicht. Das ist knallpink. Das wird sowas von gemurkst. Bup. Hat geklappt. Okay, Kristalle, Leute. Nicht das Zähler aus den Augen lassen. Vielleicht hier hinten. Was ist das denn? Wieder ein Wildschwein. Äh, warum bist du so langsam, Marco? Außer Puste jetzt. Achso. Guck mal, dass ich den wechseln müssen. Irgendwie kann ich nicht. Jetzt. Vielleicht ist da unten ein Kristall. Sollen wir nicht hier... Ach, herrje. Hier ist ganz sicher nicht Kristall. Äh, der heilt sich. Um Gottes Willen. Äh, check mal einmal deine Dinos ab. Die haben ziemlich lange noch zu zweit gekämpft. Meine? Nee. Die beiden Oh Shits hier. Ach, die Oh Shittos. Check ich mal ab. Fast nichts verloren. Und fast nichts verloren. Okay, okay. Den geht's gut. Okay. Ich hab mal da grad den Abgrund runtergeguckt, ne? Meine Dinger sind voll mit Hammelfleicht. Ja, jetzt so eine Mobilküche haben oder so. Ja. Schaut mal hier runter. Das ist bestimmt irgendein Sattel mit einer eingebauten Küche oder so. Da unten ist ein Mammut. Aber Kristall kann ich nicht sehen. Sollen wir mal da runterlaufen. Habt ihr einen Ballschirm? Naja, wir haben Dinos dabei. Die können wir ja nicht allein lassen. So ein Fallschirm für den Rex. Der wäre schon witzig. Hm. Naja. Hm. Kristallo! Wahrscheinlich hier oben, oder? Kristallo. Hier diesen Berg einmal hoch. Ich bin hier am Einbau. Oh, da hinten sind Mammuts. Räumchen. Ah, ihr seid gerade am murksen. Was murkst ihr? Alles, was es rumkommt. Okay. Auf der anderen Seite sah ich, ähm... Ich bin erst mal, äh, kurz aus dem Gebenhaus. Okay. Aber beim DC. Schweine, dieser Andrew-Dinger. Ey, der ist da auf dem Boden. Hm, kann ich mir vorstellen. Er hat nur gesagt, wir... Ich bin jetzt mal so. Ich bin jetzt mal so.